so leute weiter geht es mit crash bandicoat 3 und zwar hat wieder mal oder was heißt wieder mal zum ersten mal das wundert mich eigentlich Camtasia einen fehler gemacht der letzten 20 minuten waren einfach mal schwarze bildschirme aber der sound war trotzdem da das heißt mir fehlt jetzt das letzte level und das letzte level und ich glaube das war soll der will man das wird auf jeden fall dann noch mal nachbauen bis auf das wasser na und so unter Spägen muss ich jetzt hier auch gehen ausmachen engine mit oh mit koko ok koko musch wieder meine lippen muss ich jetzt was kann hier zum alten eisen gehört ok wow die schieße ich denn ja ja scheiß raketen Wow, das ist schon wieder so ein Liedesprinzipanzöser, oder? Sobald ich auch immer eins von diesen Feldern nicht verfügt habe, ist dann doch nicht nur so schlimm. Warum ist das hier im Hintergrund? Wo stieh der sich? Oder auf dem Wohnen, so sieht man ja aus wie auf dem Wohnen. Alter, wie viel wir hier gerade kommen an Raketen, was ist denn das? Oh cool, jetzt kommt es dann noch aus der Mitte. Ist ja auch mal. Wow, und dann habe ich ihn schon wieder, oder was? Ist ja toll. Ist ja natürlich super. Ich habe immer noch alle trotzdem noch eins zu sehen. Ah, komm. Ah, der hält aber viel aus, die Mitte. Ja, ich treffe da jetzt. Oh! Was nun? Was nun? Das geht natürlich noch weiter. Alter! Was geht denn jetzt? Da ist denn jetzt der Fuchs da noch mal dabei? Alter! Wie ist das? Oh mein Gott. Das wird kacken. Das wird kacken. Okay. Boah, diese gelben Teile, die sind eklig. Oh, das hat mich geklickt. Oh, das hat mich geklickt. Oh, das hat mich geklickt. Ich muss das da unten irgendwie jetzt auskriegen. Oh, das ist mir mal überhaupt nicht gefallen, der. Hallo! Scheiß Raketen. Puck mal. Du bist jetzt. Du bist jetzt. Du bist, ich muss ja auch ein bisschen weg. Eigentlich weglecken. Uah! Die kann man nicht weg. Du bist jetzt weg. Du bist weg. Du bist weg. Zinau. Boah, ich schaffte das, endlich. Cool. Jetzt sind es nur noch vier Raketen. Die sollen da hoffentlich nicht allzu schwer werden. Immer schon noch Raketen. Ich dachte auch so ab und zu. Das ist 40% Leben. Das sieht noch gut aus. Ja, 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 ja. Komm. Ja, wir haben alles drauf, was wir hier haben. Ja, es ist geschafft, es ist geschafft. Geh weg, geh weg. Noch mal. Die Frucht-Bazooka. Um, was, um Frucht auf Ziel zu folgen, drücke L2, um Waffe zu heben. Ziel mit der Richtungstaste, drücke Kreis um zu folgen. Geil. Jetzt haben wir die Bazooka. Oh, wie episch. Ab jetzt wird das Spiel einfach. Hallo. Cortex. Schlagen. Dafür werden wir dich vernichten. Oh, mein armer Kopf. Zur Zeit bin ich einfach nicht ich selbst. Das Ende ist nah. Sammle noch fünf Kristalle und wieder durchkreuz du meine Pläne. Oder auch nicht. Doch, doch. Wir werden seine Pläne zerstören. Okay, das eine Level werde ich jetzt nochmal zeigen. Das war... Das hier. Oh nein. Okay, ich muss da sowieso später nochmal rein. Okay, das heißt, es geht jetzt auch nochmal weiter. Aber wir werden das Level dann sowieso nochmal sehen, wenn ich dann da rein muss, um die Edelsteine zu sammeln. So. Ich bin nicht sicher, ob ich jetzt bei Cortex noch ein... Dingsbums kriege. Noch eine Fähigkeit. Das weiß ich halt jetzt nicht. Aber wir werden sehen. Wenn nicht, dann mache ich nach dem Endgegner die Level nochmal, um die Edelsteine zu kriegen. Ja. Ja, 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 ja. So, wollen wir nochmal gleich testen. Ähm. Ja. Klappt wunderbar, würde ich sagen. Ah, ist nur ein bisschen mit der Steuerung invertiert. Ist natürlich scheiße. Also, wenn ich nach oben drücke, geht's nach unten. Wenn ich nach unten drücke, geht's nach oben. Aber links und rechts ist normal. Ah, kriegt man den hier schon erledigt. Hallo. Okay. Ich bin gespannt. Oh, Moment. Ich hätte eigentlich mal Fraps ausmachen sollen. Naja, okay. Egal. Loop Let's Play, ja. Ich will die übelst anfangen. So, mach ich dann beim nächsten Mal weg. Ich hatte es jetzt nur... Wow, wie soll ich das denn überstehen? Wie soll ich denn da durchkommen, bitte schön. Oh. Oh. Und durch da hinten kriege ich auch noch ein Klei-Blatt. Ne, doch. So weit geht es nicht. Juhu. So, wie mache ich dich denn jetzt? So weit geht's. Boint. Soll das jetzt auch ein bisschen schwerer sein oder so? Ich weiß nicht. Anscheinend. Sagt er und er stürmt. Juhu. Ah, das ist jetzt so viel Einfahrer damit. Ah, da hinten komm ich noch nicht dran. Ja, danke schön. Ich stanke. Den mache ich so glatt. Huch. Zack. Zack. Und zack. Ähm. Okay. Moment. Den kriege ich. Huch. Doch nicht. Huch. Wie soll ich... Jetzt sagen wir nicht, ich muss auf die drauf springen. Nein. Anscheinend nicht. Jetzt hat hier Dorsch gerusht. Damm. Damm. Hä? Mann. Hoh. So, noch mal, das Ganze haben wir aber noch nicht gesehen. Los, guten Tag. Oh, jetzt wurde schon fast gebritzelt. Hallo. Auf ihn selber kann man natürlich nicht ziehen, aber auf die ganzen anderen Tüten. So, ich will... Was? So, wieder da. Krieg ich denn das jetzt? Oh, ein Traum. So, das da oben wird noch nicht freigeschalten. Warum auch immer? Okay. Pam. Ui. Oh, die ganzen Äpfel. Ui. Ich will hier runterspringen. Ich will hier runterspringen. Freiheit für alle. Tod den Ungläubigen. Ui. Kommt, ich erledige dich. Ja, super. Wow, ich erledige dich. Hm. Wow, das war schon wieder knabe. Dankeschön. Ein Apfel. Hey. Wow, war das knapp. Ui. Mapp. Das will ich noch nicht aktivieren, denn wir haben etwas gesehen. Huh. Bonusraum. Warte. Bap, wap, 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 wap. Moment. Ich will auch mal schauen, was mich da erwartet. Ah, das ist so. Hm, bebebebe. Moment, gab es da einen Checkpoint? Ja, gut. Wö, stand da einer? Nee, gell? Stand kein Checkpoint. Verarsche. Warum machen wir das Ganze so hoch? So. Moment, ich will erst mal schauen. Was gibt's denn da? Ach, du Köcke. Okay, anscheinend muss ich da alles explodieren lassen. Komm, 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 komm. Mach hin, mach hin, mach hin. Dankeschön. Huch. Warum die Äpfel da, muss er stören? Ich verstehe, ich bin zu hoch. Ah.